Der Tagblattturm in Stuttgart-Mitte-Eberhardstraße 61 ist ein frühes Hochhaus und ein Wahrzeichen der Stadt. Der Turm war von 1928 bis 1943 Sitz der Redaktion und des Verlags der namensgebenden Tageszeitung Stuttgarter Neuestagblatt. Der Architekt Ernst Otto Oswald plante den Turm 1924 gegenüber dem Kaufhaus Schocken als erstes Hochhaus in Stuttgart und erstes Stahlbeton-Hochhaus. Deutschlands Der Bau erfolgte von 1927 bis 1928. Das Gebäude besitzt 18 Etagen bei einer Höhe von 61 Meter, womit es etwa so hoch war wie der Turm des alten Rathauses aus dem Jahre 1905. Der Tagblattturm gilt als das erste in Sicht Beton ausgeführte Hochhaus Deutschlands. Gebildet ist das Gebäude aus zwei sich begleitenden schlanken Baukörpern und durch schmale Fensterbänder horizontal betont. Das Gebäude war zur Bauzeit wegen seiner modernen Architektur sehr umstritten. Gilt heute aber als hochrangiges architektonisches wie stadtgeschichtliches Denkmal und steht seit 1976 formell als solches Unterschutz. Der Name des Gebäudes führt auf die ursprüngliche bis 1943 dauernde Nutzung durch das als liberal-demokratisch angesehene neue Tagblatt zurück. Nach umfangreichen Umbauarbeiten an den umgebenden Gebäuden in den Jahren 2002 bis 2004 wurde der Tagblattturm namensgeber für die dort entstandene. Kultur unterm Turm mit mehreren Theatern und Einrichtungen der Kulturpädagogik. Seit 2005 ist der Turm mit einer Konturenbeleuchtung an den Außenkanten versehen, die aus rund 350 Meter Lichtfaserleitung besteht. Bereits bei der Einweihung des Gebäudes 1928 beleuchteten Neonröhren dessen Formen, diese wurden jedoch in den 1960er Jahren demontiert. Der Bau gilt heute als eines der wichtigsten Zeugnisse des neuen Bauens in Stuttgart. Einen weiteren Superlativ hatte der Turm. 1927 baute die Firma Stahl im Tagblattturm den mit 15 Stockwerken seiner Zeit höchsten Paternoster der Welt. Die Anlage wurde aber bereits in den 1960er Jahren durch zwei Personenaufzüge der Firma Füller und M. Knörzer ersetzt.